Die Polizei spricht von der bis dahin größten Tötungswelle Europas. Die Opfer, alte und kranke Menschen, die eigentlich nur gesund werden wollten. Die Täterinnen, Frauen, die sie eigentlich hätten pflegen sollen. Vier Krankenschwestern. Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Folgen von Verbrechen von nebenan auf Skycrime. Ich freue mich sehr, dass wir die Nachbarschaft ein bisschen erweitert haben. Wir sprechen über Fälle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und heute geht es um einen Fall, der einen direkten Bezug hat zur allerersten Podcast-Folge, die ich überhaupt aufgenommen habe, nämlich der Todesengel von Gütersloh. Da sprechen wir gleich drüber mit meinen großartigen Gästen, Dr. Nala Saimeh und Prof. Dr. Karl Beine. Erstmal willkommen, Nala Saimeh, eine der bekanntesten forensischen Psychiaterinnen in Deutschland. Und sie war auch schon bei mir im Podcast. Sie haben ein Buch geschrieben, das perfekt zum Thema passt. Grausame Frauen, herzlich willkommen. Und auch an dieser Stelle herzlich willkommen an Herrn Beine, Karl Beine, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und eigentlich der Experte für die sogenannten Todesengel. Für ihre Recherchen waren sie in Wien, um die Akten zu diesem Fall zu studieren. Und sie sind außerdem Sachbuchautor zum Thema Krankenhaustötungen. Und natürlich wieder auch an meiner Seite unsere Illustratorin Marie Seeberger, die für die Bilder in unseren Filmen und hier an der Wand zuständig ist. Wir haben einiges vor heute. Es geht um die bis dahin größte Tötungswelle Europas. Wien in den 50er Jahren. Die Prima Ballerina Julia Drapal erlebt auf der Bühne der Staatsoper den Höhepunkt ihrer Karriere. 30 Jahre später endet ihr Leben alles andere als schillernd. Halbseitig gelähmt liegt die ehemalige Tänzerin nun auf Station D im Pavillon 5 des Wiener Krankenhauses Lainz. Eine Thrombose in der Halsschlagader hat das Leiden ausgelöst. Es ist circa 5 Uhr morgens. Die diensthabende Hilfsschwester Irene hält an ihrem Bett. Doch statt den Gesundheitszustand zu überprüfen, kappt die Pflegerin die Infusion, zieht eine Spritze auf und injiziert der wehrlosen Dame eine Überdosis Beruhigungsmittel. Insgesamt drei Ampullen Rohypnol fließen in die Adern von Julia Drapal. Um 0.15 Uhr des nächsten Tages ist die ehemalige Prima Ballerina tot. Doch sie bleibt nicht das einzige Opfer. Drei Tage sind vergangen und wieder greift die Hilfsschwester zur Spritze. Ihr Opfer dieses Mal der 83-jährige Stefan F. Er verstirbt am nächsten Mittag. Wieder ein paar Tage später folgt das nächste Opfer, Johann Z. Dem bettlägerigen Mann wird ein kleiner Becher mit Wasser in den Mund geschüttet und seine Zunge mit einem Holzspatel nach unten gedrückt. Außerdem wird ihm die Nase zugehalten, er kann nicht mehr schlucken und atmet Wasser ein. Die Krankenschwestern bezeichnen diese Tortur zynisch als Mundpflege. Johann Z. erstickt qualvoll. Was für ein furchtbarer Tod. Man ertrinkt sozusagen im eigenen Bett. Frau Saini, ich habe vorher von dieser Mordmethode ehrlich gesagt noch nie gehört. Ist das eine typisch weibliche Mordmethode, falls es das überhaupt gibt? Nein, es ist keine typisch weibliche Mordmethode, sondern zunächst mal haben wir es hier mit dem besonderen Fall der Tötung im Krankenhaus zu tun. Das heißt, wenn man töten will, würde man eher eine Methode wählen, sozusagen, die Bezug nimmt auf die Zielpersonen. Das heißt, hochbetagte Menschen, die ohnehin krank sind, wo sozusagen der Umstand, dass sie überhaupt versterben, erst mal nicht so überraschend erscheint. Und dass Tötungshandlungen eingebunden werden in pflegerische Routinetätigkeiten. Und nun ist das natürlich eine Art besonders perfides Waterboarding. Das muss man ja ehrlicherweise sagen, das ist eigentlich der Begriff, der mir am ehesten dazu einfällt. Weniger Mundpflege als Waterboarding. Und es sind aber eben alles Praktiken, die gewissermaßen irgendwie assoziiert sind mit pflegerischen Handlungen. Ja, eigentlich sollte man im Krankenhaus gesund werden, aber in diesem speziellen Krankenhaus in Lainz, da stirbt man. Das Krankenhaus Lainz ist eines der größten Krankenhäuser Wiens. Bis zu 2400 Patienten und Patientinnen werden hier allein in der ersten medizinischen Abteilung jährlich aufgenommen. Insgesamt 95 Behandlungsplätze stehen dort für die meist sehr alten und kranken Patienten zur Verfügung. 64 Pflegepersonen, 39 Diplomierte und 25 Nicht-Diplomierte kümmern sich um ihr Wohlergehen. Das sieht für mich alles auf den Bildern sehr, sehr trostlos aus. Herr Beine, Sie waren in dem Fall auch vor Ort in Wien, haben sich die Akten und das alles angeschaut. Warum haben Sie sich so intensiv mit diesem Fall beschäftigt? Ich habe mich damit beschäftigt, weil es für mich ein völlig bis heute unfassliches Geschehen ist, dass Menschen, die in Krankenhäusern als Helferinnen und Helfer arbeiten, in unterschiedlichen Berufsgruppen hingehen und ihnen anvertraute, schutzlose Patienten töten, vorsätzlich töten. Und das geht eben zurück, diese Unfasslichkeit auf eine sehr persönliche Erfahrung. In einem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, in Götersloh, hat ein Pfleger, den ich kannte, Patienten umgebracht, die ich kannte. Und diesen Patienten speziell einen, den hatte ich in mein Herz geschlossen, den mochte ich. Ja, das ist der Fall, der uns sozusagen verbindet. Wolfgang L., der Todesengel von Götersloh, war einer der allerersten von meinen Podcasts. Vor allem wirklich eine unglaubliche Geschichte, da kommen wir gleich nochmal zurück, denn es gibt durchaus Parallelen zwischen diesen Fällen. Was mich jetzt nochmal interessiert, wir haben das ja gerade in dem Video schon gesehen, 64 Pflegekräfte auf 2400 Patienten im Jahr. Mir jetzt als Laie scheint das sehr wenig zu sein. Ist das so? Ja, das ist unverantwortlich wenig. Insbesondere auch deshalb, weil wir im Pavillon 5 reden über schwer und schwerstkranke Menschen, die der intensiven Pflege bedürfen. Und es hat sich ja relativ deutlich herausgestellt, dass die Stationshelferinnen stellenweise zu zweit waren für mehr als 40 Patienten während einer Schicht. Und es ist einfach undenkbar, dass auch nur näherungsweise eine menschenwürdige Versorgung möglich ist mit einer Personalbesetzung von zwei Hilfsschwestern. Das ist ein Unding, das ist eine Überforderung. Es ist so, dass es nicht verantwortlich ist, eine solche Situation so zu lassen, auch nicht 1987, 86 und 85. Sie haben es gerade ganz schön auf den Punkt gebracht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Station sind natürlich völlig überfordert. Wir waren arbeitsmäßig sehr überlastet. Wir sind oft nicht zum Essen gekommen, oft konnten wir nur mit Mühe aufs Klo gehen. Es war Aufnahmeentlassung und Exitus ununterbrochen. Ja, wenn man sich das einfach nochmal vor Augen führt, hier geht es ja um Menschen. Ja, wenn hier vom Exitus gesprochen wird, wirklich um Menschenleben. Sind denn die Verhältnisse mittlerweile besser geworden? Sie haben es gerade schon gesagt, das ist natürlich ein bisschen her. Vor allen Dingen auch bei uns in Deutschland. Naja, das ist relativ. Ich will sagen, dass wenn ich tausend Krankenhauspatienten zugrunde lege, dann versorgen in Deutschland 19 Krankenpflegekräfte diese tausend Patienten. In Norwegen sind das 40 Krankenpflegekräfte, die diese tausend Patienten versorgen. Ja, wir sind also noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Das haben Sie gerade, finde ich, ganz schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir uns jetzt mal Lines angucken, auch wirklich in den Details, da hat das natürlich direkte Konsequenzen für die Patienten. Dieser große Personalmangel, diese Überforderung, die da herrscht. Immer wieder gibt es Beschwerden über mangelhafte Betreuung. Patienten liegen teilweise stundenlang in ihrem eigenen Kot. Die Klingeln sind außer Reichweite. Es ist ein sehr rauer Umgangston. Ich hoffe, zumindest sowas passiert heutzutage nicht mehr. Oder wie würden Sie das einschätzen? Es übersteigt auch meine Vorstellungskraft, dass ein ähnlicher Fall sich heute in Westeuropa wiederholt und damit auch in Deutschland sich wiederholt. Aber sehen Sie, während wir hier reden, verhandelt jetzt gerade das Landgericht in Oldenburg gegen ehemalige Vorgesetzte des Krankenhausmörders Nils H., der 87 Patienten umgebracht hat, nachweislich. Und auch das ist angeblich erst mal nicht aufgefallen und niemand hat Verdacht geschöpft. Von daher ist es relativ. Das, was ich nach meiner Erfahrung sagen würde, ist, dass wir über die Dunkelziffer solcher Taten in deutschen Krankenhäusern so gut wie nichts wissen. Fakt ist aber, dass derzeit mehrere Mitarbeiter aus Krankenhäusern in Untersuchungshaft sitzen, weil sie in dringendem Verdacht stehen, getötet zu haben im Krankenhaus. Also da werden wir noch einiges zu besprechen haben, Frau Samy. Mich interessiert auch so ein bisschen die psychologische Seite, weil das sind ja, das hat Herr Beine gerade schon gut rausgestellt, völlig hilflose Menschen, die da gequält werden, auf die ja auch Macht ausgeübt wird. Das hat ja auch was Sadistisches, oder? Ja, also die Motivlage ist sicherlich insgesamt sehr unterschiedlich. Zunächst mal möchte ich doch noch mal sagen, dass mich der Begriff Todesengel sehr ärgert. Wir haben es ja hier mit weiblichen Tätern zu tun. Wir haben es aber insgesamt in diesem ganzen Feld natürlich auch mit kranken Pflegern zu tun, auch mit männlichen Tätern zu tun. Der Begriff des Todesengels ist ja eher ein Euphemismus, also ein Positivbegriff für etwas ausgesprochen perfides. Von daher, glaube ich, muss man Frauen, die Morde begehen, doch auch des Mordes bezichtigen und sie nicht als Engel titulieren, auch nicht als Todesengel. Aber die Motivlage ist eine unterschiedliche. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemanden nimmt, der Patienten in einen reanimationspflichtigen Zustand versetzt und dann reanimiert, ist ja das Motiv ein sehr selbstbezügliches, narzisstisches. Also man betreibt gewissermaßen eine Art Reanimationssport oder eine Art Wette mit sich selbst, ob man den Patienten zurückholen kann oder nicht. Das ist also ein ganz malignter, narzisstischer Modus, der da das Motiv ist. Bei den Fällen, die wir jetzt hier haben, geht es im Grunde zunächst mal um eine mangelhafte Kontrolle und Aufsicht. Das muss man einfach sagen. Taten sind ja möglich, weil es Gelegenheiten dazu gibt. Aber es scheint mitunter der Mechanismus zu sein, dass diese eigene Überforderung massive Wut auslöst. Also dieser arme, kranke Mensch sorgt dafür, dass ich mich, und auch das ist ein narzisstisches Thema, dass ich mich überfordert fühle, dass ich an meine Grenzen komme. Und dafür wird er jetzt abgestraft. Dafür wird er jetzt bestraft. Und das andere ist was Pragmatisches. Ein toter Patient kann nicht mehr klingeln. Also verstehen Sie, auch dieser O-Ton, es sei ständig Patienten aufgenommen worden und dann gestorben worden, dann muss man sagen, na ja, gestorben wurde ja offenbar künstlich häufig. Ja, klar. Also deswegen, das passt ganz gut, was die Marie hier für uns aufzeichnet. Das Krankenhaus Lains gilt in Wien relativ schnell als Endstation für alte Leute. So furchtbar zynisch das auch ist. Und da ist es eigentlich fast schon komisch, dass ein früherer Star wie Julia Drapal dort landet. Das muss allerdings auf der anderen Seite mit dem, was wir jetzt wissen, auch sagen, dass die Morde am Anfang gar nicht aufgefallen sind. Das ist leider nicht so verwunderlich. Erst im Frühjahr 1988 wird der Verdacht zum ersten Mal laut ausgesprochen. Die Leinzer Hilfsschwester Dora F. erzählt ihrem Freund von unglaublichen Gerüchten, dass es dann nämlich Hilfsschwestern geben soll, die ja störrische Patienten ruhig stellen. Und dieser Freund ist selbst Arzt und wendet sich an den Leiter der ersten medizinischen Abteilung, Prof. Franz Xaver-Pesendorfer. Und ganz kurz danach gibt es einen verdächtigen Todesfall auf der Station. Die Polizei wird eingeschaltet, aber die Obduktion bleibt ergebnislos. Und der Chefarzt Prof. Pesendorfer verweigert weitere Zusammenarbeit mit der Polizei. Die Ermittler sprechen damals, und auch das zeichnet Marie gerade für uns auf, von einer Mauer des Schweigens. Keiner will etwas gesehen, keiner will etwas gehört haben. Frau Sarmé, kommt es öfter vor, dass Frauen irgendwie verdächtigt werden und dass die Vorwürfe dann nicht so weiterverfolgt werden, wenn man denkt, das traut man denen gar nicht so zu? Also ich kann jetzt keine statistischen Daten dazu nennen. Insofern die Frage, ob es öfter vorkommt, kann ich nicht beantworten. Was sicherlich so ist, dass wir bei dem Berufsbild der Krankenschwester zunächst mal natürlich auch berechtigt, einen immensen Vertrauensvorschuss haben. Das heißt, die ethische Position oder die Zuschreibung ethischer Positionen zu dem Berufsbild der Krankenschwester ist enorm hoch. Und insofern gibt es da einen vermeintlichen Widerspruch, auf der einen Seite in der Krankenpflege tätig zu sein und auf der anderen Seite perfiderweise Menschen bewusst und intentional zu töten. Und das andere kommt noch hinzu, dass wir natürlich bei Frauen ohnehin schon den Vorschuss gewähren, dass wir ihnen weniger aggressive Delikte zutrauen. Das ist natürlich auch so, dass bei Tötungsdelikten faktisch, und jetzt kommt eine Zahl aus der Statistik, nur jeder zehnte bis zwölfte Mord respektive nur jede zehnte bis zwölfte Tötung geht auf das Konto von Frauen. Das heißt, mehrheitlich sind Männer die Täter, die töten. Das ist so. Darüber werden wir gleich noch sprechen, Herr Beine. Das sind ja schon am Anfang sehr konkrete Verdächtigungen. Also diese Gerüchte, die da rumwabern. Trotzdem fliegen diese Fälle damals noch nicht auf. Ist das einfach Glück für die Täterin oder ist das Zufall? Krankenhausmorde sind schwer zu entdecken. Im Krankenhaus wird häufig gestorben. Die Tötungsmittel sind spezifisch für den Gesundheitsbereich. Meistens sind das Medikamente. Und last not least, nirgendwo ist das Vertrauen der Patientinnen, der Patienten, der Angehörigen auch so groß, wie wenn ich mit einer Krankheit ins Krankenhaus gehe. Da erwarte ich Hilfe. Das ist ein sicherer Ort. Und dieser sichere Ort muss auch sicher sein und sicher bleiben. Und insofern ist durch diese Brille betrachtet ein Krankenhaus für Täter ein idealer Tatort. Ist vollkommen logisch. Aber die Vorstellung gefällt einem natürlich trotzdem nicht, wenn man das so hört. Jetzt mal auf den konkreten Fall Lines. Heißt das, dass eigentlich da alle zumindest was geahnt haben? Und trotzdem ist nichts passiert? Also ich würde sagen, in Lines ist mehr passiert, als dass Leute geahnt haben, dass da was im Argen liegt. Also sehen Sie, wenn Kolleginnen und Kollegen der Täterin gesagt haben, in Abwesenheit von Waltraud, die Patientin kann nicht sterben, weil die Waltraud ist nicht da. Man muss aber auch wissen, dass es vereinzelt Initiativen gab in Wien, die auf den Personalnotstand hingewiesen haben. Und es war von der Leitung bis hin in die Spitze der Bürgermeisterei in Wien, in die Spitze des Magistrates, nicht gern gesehen, wenn die Missstände offen und offensiv angesprochen wurden. Mehrfach ist die Stationsschwester dort zitiert in den Unterlagen mit, ach, ihr immer mit eurer Gewerkschaft, macht eure Arbeit und dann ist es schon gut. Ja, es gibt zum Beispiel diese eine Kollegin, die alle die Hexe nennen, weil bei ihr sechsmal mehr Patienten versterben als bei anderen Kolleginnen. Und es gibt die Hilfsschwestern, die zu ihren Patienten folgendes sagen. Schauen Sie sich den Ex an. Wenn es weiter so lästig sind, dann sind Sie der Nächste. Ja, und vielleicht muss man das nochmal erklären mit Ex, meinen die jetzt nicht Ex-Freund, sondern einen verstorbenen Patienten. Das ist ja auch eine Art von Umgangston, der ja ganz, ganz furchtbar ist. Das ist ja auch schon eigentlich eine direkte Drohung, sodass man sagt, hier, bitte brav sein, sonst passiert was. Da muss doch der Chef eingreifen. Also wie bewerten Sie das, Herr Beine? Der Pesendorfer, der hat da irgendwie das laufen lassen. Also die Gerichtsunterlagen geben eindeutig her, dass die Krankenschwestern und Pfleger, die wenigen, die es überhaupt gab, dort alleingelassen worden sind. Es gibt Aussagen, glaubhafte Aussagen, die haben stundenlang geschrien und wir haben nach Ärzten gerufen und sie sind nicht gekommen. Nun ist es so, dass natürlich niemand, niemand hingehen muss und Patienten töten muss, nur deshalb, weil Ärzte nicht kommen. Oder weil die Bedingungen schwierig sind. Niemand wird zum Täter wegen der äußeren Umstände. Aber es gibt schon Umstände, die Taten begünstigen. Ganz zu schweigen davon, dass der Medikamentenverbrauch in Lines über Jahre auf dieser Station, auf der Sie arbeiteten, um das Sechsfache höher lag als in der Nachbarstation. Mit einem ähnlichen Klientel, was die Patienten anbelangt. Das kann nicht sein. Und natürlich ist es so, dass ein Mord ein Mord bleibt. Aber ein Mord geschieht in einem Kontext. Und wenn dann Krankenhausmorde über mehr als sechs Jahre passieren, in Worten sechs, dann ist das ein unfassliches Ergebnis. Allerdings nicht einzig, weil auch das hat es hier in Deutschland gegeben. Ja, Sie haben gerade den Medikamentenverbrauch angesprochen. Denn ganz untätig bleibt der Chefarzt nicht erordnet. Die Untersuchung der Blutwerte der auf der Station Verstorbenen an. Also so eine Art Drogenscreening auf Beruhigungsmittel. Für die Todesengel hat das direkte Konsequenzen. Denn sie müssen ihre Mordmethoden ändern. Es ist der 2. April 1989. Was nun im Leinzer Krankenhaus passiert, wird von der Staatsanwaltschaft später als die Nacht des Grauens bezeichnet. Am Abend übernehmen die Hilfsschwestern Waltraud und Stefania die Schicht im Pavillon. Dass die Nacht für Franz K. nicht tödlich endet, verdankt er einem glücklichen Zufall. Eine Oberärztin findet den bewusstlosen Mann und behandelt ihn sofort. Am nächsten Morgen ist Franz K. wieder ansprechbar und er erzählt ihr Unglaubliches. Eine Schwester, an die er sich nicht mehr erinnern kann, hatte ihm nachts eine Insulinspritze gegeben. Er hatte sich darüber noch gewundert, dann wurde ihm schwindelig. In der gleichen Nacht tötet Schwester Irene mit einer Überdosis Insulin einen anderen Patienten, und am nächsten Morgen verhindert nur der Einsatz von Schwester Stefania, des Schwester Waltrauds einem dritten Patienten, die Todesspritze setzen kann. Es vergeht ein Tag, bis die Polizei einschreitet und Ärzte und Hilfsschwestern des Spitals befragt werden. Am 7. April gestehen Waltraud und Stefania endlich die Taten. Sie benennen ihre beiden Komplizinnen und belasten sich in den Verhören gegenseitig. Also nicht nur eine, sondern gleich vier Täterinnen, die morden. Zum Beispiel eben mit Beruhigungsmitteln. Christian Reiter hat damals die gerichtsmedizinische Untersuchung gemacht und ich wollte von ihm wissen, wann Beruhigungsmittel tödlich sein können. Also diese Wirkstoffgruppe Benzodiazepine wird ja allgemein gepriesen als relativ ungefährlich. Und es gab sogar einen Professor, der gefragt wurde, kann man mit einem Benzodiazepin jemanden umbringen? Und da hat er auf gut wienerisch gesagt, ja, wenn man ihm das Schachtel so oft über den Schädel haut, bis er einen Schädelbruch hat, schon. Nun, de facto ist es aber so, dass diese Wirkstoffe die Atemfrequenz etwas reduzieren. Und wenn die Patienten im Sterben dann noch weniger atmen, weniger oft atmen, dann nehmen sie weniger Sauerstoff ins Blut auf. Und dieser Sauerstoffmangel wirkt sich aufs Herz aus und die Patienten versterben dann früher durch die Herzschädigung infolge des Sauerstoffmangels. Ja, also ein scheinbar sowieso schon kranker Patient, der dann offenbar an einem Herzinfarkt stirbt. Also das ist, wenn man da nicht ganz genau hinguckt, dann merkt man das wahrscheinlich einfach gar nicht. Spannend ist ja auch in den Ermittlungen, dass sich alle vier Frauen gegenseitig belasten. Treibende Kraft soll Waltraud W. gewesen sein. Stefania M. sagt zum Beispiel, dass Waltraud W. sie zu Morden gedrängt hat. Frau Sarmé, wie glaubhaft ist das? Kann man jemanden sozusagen zum Morden drängen? Naja, also zumindest unter den Bedingungen ja tendenziell nicht. Also in kriegerischen Auseinandersetzungen würde ich das jetzt vielleicht anders sehen. Aber ein Krankenhaus ist ja letzten Endes doch ein ziviler Ort. Und die Methode ist, glaube ich, eine andere. Also es gab ja, wenn wir nochmal auf diese sogenannte Mundpflege kommen, gemeinschaftliches Handeln. Und das ist etwas ganz Geschicktes, weil man damit gewissermaßen jemanden am Kanthaken hat, der sich mitbeteiligt an einer Methode. Das heißt, jemand, der zum Beispiel bei dieser Waterboarding-Methode assistiert, ist ja Augenzeuge und ist Handlungszeuge, ist mitbeteiligter, aktiv mitbeteiligter. Das heißt, er kann im Grunde schon nicht mehr jemanden verraten, kann das nicht zur Anzeige bringen, weil er selber sich ja mitanzeigen müsste. Also man kann es schon, aber üblicherweise wird es eher verhindert. Was man, glaube ich, auch einfach nochmal sagen muss, das finden wir ja immer bei Seriendelikten insgesamt, wenn Sie ein erstes Tötungsdelikt begehen, stellt sich ja trotzdem für den Täter oder die Täterin die Frage, wie lange komme ich damit durch? Ja. Geht das gut? So, und jetzt merken Sie aber, und da in der Tat ist ein Krankenhaus eine optimale Situation, da passiert gar nichts. Sondern es wird der Totschein ausgestellt, keiner richtet sich drüber auf. Und das heißt, sozusagen, ich komme mit dem ersten Tötungsdelikt durch. Und das kann mich auf die Idee bringen, zu sagen, na, wenn das so einfach ist, das ist ziemlich effektiv, da habe ich mehr Ruhe von den Leuten, die mich überfordern, die mich nerven, wo ich eigentlich nichts mit zu tun haben will, mache ich das doch nochmal. Und dann habe ich ein zweites Delikt und da komme ich wieder durch. Und dann mache ich ein drittes und ein viertes und es passiert gar nichts. Und das heißt, das ist eine Eigendynamik sozusagen, dass der Erfahrungswert ist, ich kann mir das leisten. Das andere ist, dass natürlich schon dieser grobe und entmenschlichende Ton ja schon auf eine Kultur des Krankenhauses hinweist, besser gesagt eine Unkultur. Ja. Und das ist ja schon eine massive Verrohung, das ist eine massive Entmenschlichung. Das ist eine, das ist im Grunde die Grundhaltung, dass diese alten und kranken und pflegebedürftigen Menschen dort sowieso zum Sterben hinkommen. Ja, und wenn sie sowieso dort zum Sterben liegen, ob das jetzt irgendwie eine Woche früher oder später geschieht. Das alles führt uns jetzt zu dem, was die Marie uns unten schon aufgezeichnet hat. Das sind ja Zahlen, die man auf jeden Fall festhalten sollte. Vermutlich 49 Tote. Herr Beine, der Grund, warum Sie sich mit dem Thema beschäftigen, das war für mich der allererste Fall, mit dem ich mich in meinem Podcast beschäftigt habe, nämlich der Todesengel von Gütersloh. Vielleicht können Sie uns zu dem Fall kurz mal was erzählen, weil da gibt es ja auch durchaus Parallelen zu dem Fall, über den wir jetzt heute sprechen. Die Parallele besteht darin, dass Wolfgang L. wehrlose, schutzlose Patienten getötet hat. Und zwar ebenfalls auf eine brutale Art und Weise, nämlich mit Luftinjektionen. Und es ist so, dass der Tatzeitraum in Gütersloh wesentlich kürzer gewesen ist. Aber das, was eben auffällt an beiden Tatorten ist, dass Leitungen nicht genau hingeguckt haben, dass es massive Konflikte gab innerhalb des Krankenhauses in Wien und auch in Gütersloh. Und am allerletzten Ende es so war, dass Kolleginnen und Kollegen Wolfgang L. bereits im Februar 1990 als Todesengel der Station Innere 1 bezeichnet haben. In dem Fall ist ja auch nochmal das Besondere, dass es vier Täterinnen sind. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, Frau Sarmé, können Sie sich an den Fall erinnern, wo vier Menschen gemeinsam morden, das ist schon extrem selten, oder? Ich kenne natürlich Fälle von Gruppentötungen, gruppendynamischen Prozessen, wo eine einzelne Person getötet wird, im Sinne von zusammengetreten wird, totgetreten wird, wo sich mehrere daran beteiligen und wo dann auch durchaus die Person mit der größten Führungsmacht die anderen nochmal dazu motiviert, auch noch zuzutreten und zuzuschlagen. Das natürlich schon. Naja, also mich würde einfach interessieren, wie das sein kann. Ich kann das gar nicht in meinen Kopf kriegen, dass das ja vier ursprünglich unabhängig voneinander existierende Menschen auf einmal anfangen, so miteinander zu morden. Das ist für mich ganz schwer vorstellbar. Also das erzeugt ja eine Dynamik. Das heißt, diese vier Leute, die eine sozusagen ist überzufällig häufig dabei. Es gibt jetzt eine stille Loyalität, eine maligne, eine bösartige Loyalitätsentwicklung. Das heißt, es kommen so unausgesprochene Dinge wie, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich habe was verstanden. Ich glaube, ich habe jetzt was verstanden, was hier läuft. Und damit ist man schon in diesem Muster des Schweigens drin. Und damit ist man stiller Teilhaber. Oder man kann Tests machen. Also zum Beispiel, ich komme nochmal auf das Waterboarding. Man kann gucken, ob jemand mitmacht oder ob jemand diese Handlung unterbricht und ob sozusagen jemand den Haupttäter stört. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich schon ein Instrument, um sozusagen zu gucken, wie kann ich jemanden weiter manipulieren. Und was mir auch noch einfällt dazu, Stichwort Überforderung. Das sind natürlich alles faktische, strukturelle große Mängel, die das begünstigen, die es aber nicht allein erklären und die es schon gar nicht entschuldigen und legitimieren. Sondern da kann ja auch noch ein Aspekt sein, dass so ein Gedanke ist, naja, wenn ihr uns nicht zuhört, wenn die Ärzte gar nicht kommen, wenn sich keiner hier schert, dann bringen wir sie halt um. Ja, das ist vielleicht jetzt genau der richtige Moment, um sich unsere vier Täterinnen mal ein bisschen genauer anzuschauen. Waltraud W. ist zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung 32 Jahre alt. Sie ist ledig und kinderlos. Sie fällt durch die Schwesternprüfung und arbeitet seit 1975 in Lainz als Hilfsschwester. In ihrer ersten Vernehmung gesteht sie den Mord an 39 Menschen. Später widerruft sie aber mehrmals und gesteht letztendlich elf Morde. Sie gilt als Haupttäterin. Irene L. ist 29 Jahre alt, verheiratet, aber kinderlos. Auch sie fällt in der Schwesternschule durch und ist seit 1979 in Lainz. Sie gesteht fünf bis zehn Morde. Unter anderem auch den an unserer prima Ballerina Julia Drapal. Ihre Freundin Waltraud hätte sie darin angelernt. Sie glaubt, Waltraud hat in den letzten Jahren je 100 Patienten getötet. Maria G. bricht die Schwesternausbildung ab und wird 1979 Hilfsschwester in Lainz. Die Tötung mit Rohhypnolspritzen habe sie von Waltraud W. gelernt. Sie gesteht zunächst zwei Morde, widerruft ihr Geständnis dann aber wieder. Stefania M. gesteht zunächst den Mord an mehreren Patienten mittels Mundpflege, widerruft ihr Geständnis aber später wieder. Sie habe Waltraud W. nur assistiert und nie allein getötet. Waltraud W. hätte sie in der Hand gehabt und zu den Morden genötigt. Das ist schon irre. Erst gestehen sie, beschuldigen sich alle gegenseitig und ziehen dann die Aussagen wieder zurück. Was ich so verrückt finde, wenn ich mir die Frauen so anschaue, die sehen ja irgendwie aus auf diesen Bildern wie so freundliche Tanten und Muttis. Und das sehen auch ganz viele Menschen so, die die Frauen persönlich gekannt haben. Sie war sehr nett, freundlich, hilfsbereit. Sie war eigentlich ein freundlicher Typ und so. Kann man gar nichts sagen. Zumal man wirklich sagen muss, dass diese Kolleginnen in den vergangenen Jahren in ihrem Team sehr gerne angenommen wurden, dass mit ihnen sehr gerne gearbeitet wurden. Also ich kann nur ein Gutes über sie sagen. Ich bin total entsetzt darüber. Ja, irgendwie kriegt es nicht zusammen, Frau Sermi. Wie kann man denn normal sein, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig 49 Menschen ermorden? Na, die Normalität gehört ja in dieser Weise zum Handwerkszeug für die Serie. Sonst würden sie ja früher auffallen. Und wir haben immer diese Idee, dass Menschen, die andere Menschen töten, in irgendeiner Weise psychisch hoch abnorm sein müssen. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn psychisch hoch abnorm? Das sind ja alles Frauen, die haben mehr oder minder begrenzte berufliche Bildungsressourcen. Aber sie sind erst mal normal intelligent, dass sie einen Alltag für sich in irgendeiner Weise besorgen können. Und das alles sind ja erst mal Funktionsweisen, die eine gewisse psychische Normalität oder eine gewisse Befähigung zu einem regelmäßigen Leben mit sich bringen. Die Motive sind unterschiedlich. Das ist eben eine Überforderung vielleicht auf der einen Seite. Es können auch ganz andere Motive sein, dass plötzlich etwas hochkommt wie eine Kränkung. Es sind ja zwei Leute, die haben ihre Ausbildung nicht abschließen können, weil sie dazu nicht recht genug waren. Das heißt, auch da können plötzlich persönliche Rache-Motive eine Rolle spielen. Das wissen wir alles nicht oder ich zumindest weiß es nicht. Aber sie brauchen keine psychische Auffälligkeit dafür, sondern sie brauchen eine innere Überzeugung, um ihr Handeln zu legitimieren. Und diese inneren Überzeugungen sind im Grunde unmenschliche Alltagsüberzeugungen. Alte Leute sind dort krank, die haben ihr Leben gelebt, die sind hochbetagt. Und da kommt eine Kaltschnurzigkeit und ein Überdruss zustande. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Herr Beine, weil Sie eben viele von diesen Fällen untersucht haben. Dieses unauffällig, das war ein ganz freundlicher Typ. Zieht sich das auch durch die anderen Fälle so durch? Nein, das Muster, das sich durch alle Tötungsserien im Gesundheitswesen zieht, ist, dass wir nichts gewusst haben, nichts geahnt haben. Obwohl klar ist, es wurde gewusst, es gab Äußerungen, es gab verdächtiges Verhalten. Das verdächtige Verhalten wurde zum Teil kommuniziert, es gab Gerüchte, es gab mangelhaften, ungenügenden Aufklärungswillen. Alles das hat es gegeben. Und das ist das Muster, dass wir im Nachhinein dastehen und sagen, uns ist nichts aufgefallen. Wir haben ja gerade schon über die Überbelegung der Station gesprochen. Das war auch etwas, was die Frauen als Motiv angegeben haben zumindest. Und es kommt dann eben noch die Überforderung dazu. Auch das haben die Frauen angegeben. Denn obwohl die Frauen nur in Anführungsstrichen Hilfsschwestern waren, verabreichen sie Injektionen und Medikamente. Und das ist eigentlich gar nicht ihre Aufgabe. Geprüfte Stationsgehilfin sind dazu da, das diplomierte Krankenpflegepersonal im Pflegedienst zu entlasten. Sie haben eine Grundausbildung in der Krankenpflege und sind daher berechtigt, wenn sie diese Ausbildung gemacht haben, einfache Hilfsdienste im Rahmen der Grundkrankenpflege für die Patienten mit Unterstützung und unter Anleitung der diplomierten Krankenschwester zu tun. Also zu diesen Tätigkeiten gehört zum Beispiel die Körperpflege des Patienten, die Ernährung des Patienten, die einfache Mobilisation. Ja, das heißt eigentlich dürfen diese Frauen keine Injektionen verabreichen oder Medikamente geben. Aber sie tun es eben trotzdem, weil kein Arzt in Reichweite ist. Waltraud W. selber beschreibt das später so. Die haben uns im Regen stehen lassen. Die Ärzte sind stundenlang nicht gekommen. Und wir hatten die schreienden, verwirrten und sich vor Schmerzen krümmenden Menschen vor uns und konnten nichts dagegen tun. Ja, das ist ziemlich deutlich. Marie zeichnet uns das gerade auch auf der Wand, diese Überforderung, was man an so einem Tag irgendwie alles unterbringen muss. Das ist ja ein Motiv, was alle vier angeführt haben. Was mich noch mal interessiert, Herr Beine, wir haben jetzt gerade über die Ärzte auch gehört, die müssen sich doch auch Kritik gefallen lassen eigentlich. Weil ich habe das Gefühl, die kommen in dieser Geschichte bisher ziemlich gut weg. Ja, den Eindruck kann man haben. Wenn man aber die Prozessakten studiert, dann sieht man ein weitgehend komplettes Führungsversagen. Diese Pflegedirektorin, die wir gerade gesehen haben, hat sicherlich Dienstpläne gesehen, auf denen im Hauptdienst nur Hilfsschwestern waren. Und es war ein offenes Geheimnis, dass der Chefarzt ein Frauenfreund war und insbesondere neu ankommende junge Assistenzärztinnen besonders intensiv anleitete. Es war überhaupt kein Geheimnis, dass es eine suchtkranke Oberärztin gab, die besonders nett war und besonders freundlich war, aber auch besonders viele Fehler gemacht hat. Alles das war bekannt und selbstverständlich weiß jeder Chefarzt, dass wenn zwei Hilfsschwestern mehr als 40 Patienten versorgen, dass das nicht geht und dass ich eigentlich Krach schlagen muss von morgens bis abends und am Ende denen sagen muss, Leute, wenn sich das nicht ändert, dann gehe ich und ich gehe nicht leise. Ja, Sie haben das jetzt gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, aber die Politik und der Chefarzt sehen das naturgemäß ein bisschen anders. Ich muss mir keinen Vorwurf machen. Das sind ja letztlich dann Patienten, die aufgrund ihres Krankheitsverlaufes ja nicht darauf einen Hinweis gegeben, dass hier Fremdverschulden vorgelegen hat. Eine politische Verantwortung für kalte, hinterhältige Mörder kann es grundsätzlich nicht geben. Wäre ich an der Stelle des Professor Pesendorfer gewesen, dann glaube ich sehr wohl, dass durch dieses raffinierte Vorgehen ein derartiges langes Verschleiern möglich gewesen wäre. Ja, man macht es sich da relativ einfach und sagt, die Frauen sind schuld und sonst eben keiner. Aber wir haben ja gerade schon von Ihnen gehört, Herr Beine, dass es so einfach eben nicht ist. Ich würde gerne wissen, gibt es so eine Art allgemeines Motiv bei den Patiententötungen? Weil Mitleid wird ja auch immer angeführt, dass man gesagt hat, ja, denen ging es so schlecht, wir haben es doch nur gut mit denen gemeint. Ist das etwas, was sich auch so durchzieht? Sie müssen zwei Tätergruppen unterscheiden. Die eine Tätergruppe, deutlich geringer von der Zahl, ist diejenige Gruppe, die sich narzisstisch, aufgeladen, geltungssüchtig ansehen, verschafft durch gekonnte Reanimation, also durch Wiederbelebung. Also Nils Haar zum Beispiel. Nils Haar zum Beispiel ist der Prototyp, gleichzeitig aber in Deutschland auch der einzige. Überwiegend töten die Leute direkt mit Mitteln, die im Krankenhaus üblich sind. Und sie geben vor, aus Mitleid gehandelt zu haben mit den armen, schmerzgequälten, sterbenden Menschen. Fakt ist, sie kannten die Patienten kaum. Sie wussten nichts über deren Wünsche und Bedürfnisse. Fakt ist, dass sie stellenweise Patienten getötet haben im Beisein von Angehörigen. Dass sie Patienten getötet haben, die eindeutig auf dem Weg der Besserung waren, die ja kurz vor der Entlassung waren, alles das aus Mitleid. Ja, man kann also eigentlich gar nicht sagen, dass es so einen Opfertyp für diese sogenannten Todesengel gibt. Das kann eigentlich jeden treffen, oder? Ja. Das macht mir Sorgen, Herr Beine. Also, ich glaube, dass man sich Sorgen machen muss darüber, dass wir nicht offen und offensiv mit diesem Thema umgehen. Sehen Sie, das, was mich völlig empört hat, ist, dass der damalige Geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft während des Högel-Prozesses in Oldenburg sich vor die Kamera stellt und sagt, das ist ein Einzelfall. So etwas kann nicht wieder passieren, wörtlich. Und natürlich ist es danach erneut passiert. Ja, und die Frage ist ja halt, ob diese kriminellen Menschen oder ihre Handlungen dann dazu führen, dass eine oder zwei Personen sterben. Oder wie in dem Fall, wie wir es jetzt hier sehen, vermutlich 49 Tote, was ja eine unglaubliche Zahl ist. Oder eben wie im Fall von Nils H. 87, wobei alleine in seinem Fall 130 Leute während der Dienstzeit von Nils H. verstorben, Feuer bestattet worden sind und wir nichts wissen über deren mehrere Todesumstände. Das ist ja in dem Fall ähnlich, wenn man vermutet 49 Tote, vielleicht sind es aber auch sechsmal mehr. Das wären ja wirklich unglaubliche Zahlen. Angeklagt sind am Ende nur 42 Fälle von Mords und versuchtem Mord. Am 28. Februar 1991 beginnt der Prozess gegen die vier Todesengel. Die Vernehmungen der Angeklagten bringen keine neuen Erkenntnisse zur Anzahl der Opfer. Doch die Sachverständigen können etwas Licht ins Dunkel bringen. Bei vier Leichen gelingt der Nachweis von Beruhigungsmitteln, auch bei Julia Drapal. In einem Fall kann Christian Reiter sogar die Mundpflege nachweisen. Und da hatten wir das große Glück, dass eine der verstorbenen Personen vorher schon, bevor sie beerdigt wurde, im Krankenhaus obduziert wurde. Die Pathologen haben hier Lungeninfarkte diagnostiziert. Die haben mir dann diese mikroskopischen Präparate angesehen und haben gesagt, das ist kein Lungeninfarkt, sondern das ist das, was wir als Gerichtsmediziner kennen als sogenannte Paltaufsche Flecken. Also wenn Flüssigkeit in die Atemwege geschüttet wird, dann kommt es zu einer Überblähung der Lunge. Diese Überblähung der Lunge führt zu Zerreißungen der Lungenbläschen. Dort blutet es hinein und das Süßwasser löst die roten Blutzellen auf. Und man hat dann Flecken unter dem Lungenfell, die sehr charakteristisch sind und die man im mikroskopischen Präparat identifizieren kann. In allen anderen Fällen gelingt kein gerichtsmedizinischer Nachweis. Die Opfer sind zu stark verwest oder wurden verbrannt. Also von den 42 angeklagten Fällen lassen sich nur fünf einwandfrei beweisen. Alles andere beruht auf Geständnissen. In dem Prozess sagt ja auch Franz K. aus, das ist derjenige, der diesen Insulinanschlag überlebt hat. Sein Sohn erinnert sich, dass eine Pflegerin nach einem Malheur seines Vaters gesagt hat, Alter, wenn du noch einmal ins Bett machst, dann kriegst du Schwierigkeiten. Und Frau Sameh, das konnte ich jetzt gar nicht verstehen. Wenn ich mir vorstelle, mein pflegebedürftiger Vater liegt im Krankenhaus, ich bekomme mit, dass das Personal so mit dem umgeht, würde ich ja erstens einschreiten. Das ist der erste Punkt und das zieht sich ja auch durch. Denn von diesen ganzen Verwandten der Verstorbenen ist ja auch keiner als Nebenkläger aufgetreten. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, also da, glaube ich, addieren sich ungünstige Milieufaktoren. Also das eine ist natürlich in der Tat, eine solche Äußerung würde zwingend notwendig dazu führen, dass man sich sofort an die Krankenhausleitung wendet, möglicherweise, aber vor allen Dingen auch an die Krankenhausaufsicht. Also ich glaube, da müsste man das ganz große Rad drehen. Weil wenn eine solche, eine solche Bemerkung kommt und da reicht eine, dann weist es nach meinem Befürhalten hin auf eine Kultur oder Unkultur in einer solchen Institution, bei der es viele dieser Bemerkungen gibt. Das heißt, möglicherweise addiert sich auch eine Überforderungssituation der Angehörigen damit, möglicherweise. Das andere scheint mir aber auch das Risiko zu sein, in einer komischen Unterordnungsmanier sich unter medizinisches Personal unterzuordnen. Das heißt, es sind die Halbgötter in Weiß und die Krankenschwestern sind so die Viertelgöttinnen in Weiß. Und das ist alles medizinisches Fachpersonal. Und was soll man da als medizinischer Laie machen? Und vielleicht geht es auch zu Hause insgesamt grob zu. Also Angehörige haben ja nicht immer ein ganz komplettes Verständnis, auch von den Erkrankungen und Krankheitssymptomen ihrer erkrankten Familienmitglieder. Also da scheint mir einiges sich zu addieren. Ja, das stimmt. Deswegen finde ich es ganz spannend, mal zu schauen, was eigentlich das Gericht zu dieser ganzen Geschichte sagt. Das Urteil fällt am 29. März 1991. Ja, wir sehen hier auf der linken Seite Waltraud W., ja die sogenannte Haupttäterin, die wegen 15-fachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird. Irene L., die ebenfalls lebenslang bekommt, wegen 5-fachen Mordes, unter anderem an Julia Drapal. Stefania M., die wegen 7-fachen versuchten Mordes und einer fahrlässigen Tötung zu 20 Jahren Haft verurteilt wird. Und Maria G., die wegen 2 Mordversuchen zu 15 Jahren Haft verurteilt wird. Später wird diese Strafe, da kannst du schon mal direkt ergänzen, Marie, auf 12 Jahre herabgesetzt. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Mordmerkmale in diesem Fall schauen, weil ich das auch ganz interessant finde. Marie, du hast die schon für uns aufgezeichnet. Wir haben den vergifteten Apfel, der steht für Heimtücke, wie du darüber geschrieben hast. Und was haben wir noch? Sonstige niedere Beweggründe und? Grausamkeit. Ah, okay. Bei der Mundpflege. Ja, viel grausamer kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Und Heimtücke ist ja natürlich eigentlich auch klar, weil jemand, der dann da liegt und hilflos ist und arglos ist, der rechnet natürlich nicht, dass sowas passiert. Heute sind alle vier Frauen wieder frei. Zuletzt wurden 2008 Waltraud W. und Irene L. entlassen, nach jeweils 19 Jahren Haft. Alle vier Frauen leben mit neuen Identitäten an unbekannten Orten und haben kein Berufsverbot bekommen. Das heißt, sie könnten theoretisch, wenn sie wollten, wieder in einem Krankenhaus arbeiten. Herr Beine, diese Vorstellung finde ich ehrlich gesagt so semi-beruhigend, dass die jetzt wieder in irgendeinem Krankenbett stehen könnten. Ja, ich teile diese Beunruhigung und kenne Fälle hier in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland, in denen Berufsverbote verhängt wurden, aber auch solche, in denen das nicht der Fall war. Das ist ja etwas, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil es ist eigentlich das Naheliegendste, dass so jemand nie wieder in die Nähe von hilflosen Menschen kommt. Ich möchte die Zeit jetzt mal nutzen, um mich bei Marie zu bedanken, die hier diesen Fall für uns auf die Tafel gebracht hat. Das ist ja wirklich eine ganz gruselige Geschichte mit sehr vielen Details, mit sehr vielen Toten und eben mit auch sehr vielen Täterinnen. Vielen Dank an meine Gäste. Nala Sarmé, danke für die Einblicke in die Psychologie des Bösen. Vielen Dank. Karl Beine, danke, dass Sie uns heute ganz deutlich gemacht haben, dass solche Taten eben keine Einzeltaten sind. Dankeschön. Euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder hier auf Skycrime bei Verbrechen von nebenan. Tschüss. Tschüss. honor. Maj комнаs. Tschüss. T� role.